Es tut mir so leid, Abdallah. Was ist das? Ja, Hauptsache am Handy. Alles klar, Digger. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's. Ah ja, es ist okay. Erstmal ganz kurz Zeitcheck. Es ist... Man sieht's jetzt nicht richtig. Da hätte ich vielleicht davor nachdenken sollen, wie ich das mache. Ihr müsst mir vertrauen, es ist aktuell 14.30 Uhr sowas. Am Freitag, wo dieses Video hochgeladen werden soll. Mit anderen Worten, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, das Video aufzunehmen, auf PC zu ziehen, zu schneiden, zu rendern und hochzuladen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist er so ein Hund und nimm's einfach nicht davor auf? Das habe ich ja gemacht. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe das Video schön brav aufgenommen. Hat auch alles gepasst. Alle Aufnahmen waren da. Alle Aufnahmen funktionieren. Dann habe ich das in mein Bearbeitungsprogramm reingezogen. Hm, Tonspur ist schon ziemlich, ziemlich flach, Digger. Schau ich mir die Originalaufnahmen an. Ton wurde einfach nicht aufgenommen. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Und das Schöne ist, das habe ich erst heute in der Früh mitbekommen. Das Video ist schon seit zwei Tagen aufgenommen und ich hatte erst heute Bock, es zu schneiden. Man hat es mir angeschaut und es ist alles am Arsch. Aber ich bin nicht so sauf auf mich, dass ich erst heute es angeschaut habe, weil es hätte nichts gebracht. Hätte ich es gestern angeschaut. Gestern ist einfach kurzzeitig die Welt untergegangen in München. Und vorgestern war es so ähnlich, aber nur im anderen Teil von München. Also es hat sich abgewechselt. Gestern war bei uns Ende der Welt und der Tag davor war andere Hälfte von München Ende der Welt. Ich kann eigentlich noch kurz was zum Auspuff sagen. Im letzten Video ist mir aufgefallen, man hört ihn leider nicht knallen. Was sehr schade ist. Also für euch, weil ich höre ihn knallen auch durch den Helm. Also ihr müsst mir einfach glauben, das Baby knallt jetzt auch. Zwar nicht so wie der AMG. Aber so ein ganz leichtes, so einmal BUP. What the fuck ist los mit der E-Klasse, man? Was versuchst du da? Das weißt du selber nicht, oder? Hey, der hat Ami-Blinker da vorne. Oh nein, es ist niemand drin. Ich frage mich gerade, wo ich bin. Warum darf ich hier nicht rechts abbiegen? Das ist so heftig in dieser Stadt, man. Fuck, ich will da gar nicht hin, man. Und da komme ich jetzt auch nicht durch. Oh, man, zickzack. Warum tue ich mir das überhaupt noch an, man? Ich glaube, hier will ich nach rechts jetzt eigentlich. Oh nein, ich glaube, ich habe vergessen, seine Augen zu küssen. Es tut mir so leid, Abdallah. Ich frage mich gerade, was der Typ links von mir will. Ob der gleich vor mir reinziehen wird oder nicht, ist die Frage. Will der auch Gas geben, oder? Vielleicht sehen wir ja wieder Carl S. in seinem Maibach, damit ich gleich noch einen Strike kassiere, oder? Was ist das? Wie geil war die Folie, bitte? Ja, Blinker gibt es nicht, ne? Das war übrigens nicht roto Sand. G-Klasse mit roten Kennzeichen sieht man aber auch nicht immer. Weißt, er hätte auch da einen Baum. Mein Gott, ist der dumm im Kopf. Ja, Hauptsache am Handy. Alles klar, Digga. Die steht mitten auf der rechten Spur, mit Handy in der Hand. Warnblinker, Kofferraum auf. Sie hätte einfach einen halben Meter vorfahren können und hätte die Einfahrt komplett blockieren können, weil das tut sie eh schon, indem sie da steht. Nein. Lass doch mal Stau erzeugen. Das war eine Hochzeit. Okay, wenn die Polizei jetzt nicht drauf reagiert hat, dann wird der Auspuff wohl okay sein, wenn er so laut ist. So, Wetter wird eh sch... Und mir geht sowieso die Zeit komplett aus, um dieses Video noch pünktlich hochgeladen zu bekommen. Also bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr diesem Video einen Daumen hoch da lassen und den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn nein, dann nicht. Ansonsten noch einen schönen Tag an euch alle. Naja, die Leute sind so lost in dieser Stadt, man, was Autofahren angeht. Bleibt mir gesund. Yalla.